so kann man sogar mit dem Fernseher um wird es darum ich weiß ich glaube der Polo weiß uns einfach dauerhaft im Betrieb sein bestimmt mit Juli glücklich ist so was denn damit ich was glücklich bin bei der Lüge der Box umbauen elektrisch fern ist erdeckt nur warum sind diese Scheiße aus 30 hälsing die U-Zins zwei unterschiedliche die Sohle da jetzt platzier nummer wo du kannst einfach nicht was denn so jetzt ist das dumm jetzt sehen sie alle gleich aus ich hab mich schon bei mir schon bei meinem beim dings schon da war das heißt es gibt er hier oben das hier da war ups da war das geht er hier oben das was hier oben war ich sagst du die bettbox nach da verschoben er wird hier noch ein bisschen noch ein ganz das kabel jetzt geht er weg wer baut hier was er ja ich bin über euch ich bin da unten aber das sind steine und ich hab immer noch gemächtet er ich weiß nicht wo ich habe und ein welches da ist ein eingang der karte macht er ein er hatte ich ja keine zeit für jetzt mit meiner baumfrau ja da ist richtig aber wenn ich das nicht sinnvoll noch ein pulverweise zu machen Heiko, hinter dir, hinter dir, undrin, undrin, undrin. Ja, oh, ich seh dich. Oh mein Gott. Da ist schon wieder so, ich mach das Porta, ich schwöre, ich zerstöre das Portal gleich. Nein. Warte, mach sowas, dass man nicht aus Versehen reinläuft. Ja, man läuft auch nicht aus Versehen rein. Nein, doch. Nein, du musst erst hochspringen hier. Ja, Heiko vielleicht. Wie Eben. Ja, Eben. Da baut das Porta hinzu. Oh Gott. Ach so. Jetzt was? Was macht ihr denn? Ja, hier, hier, ich heiße, ich höre, dann ab und zu mal auf, weiterzumachen. Die Scheiß-Engine da. Jetzt vielleicht, der hört es noch, aber irgendwann hört sie noch einmal auf. Ja, wenn da, wenn da 64 drin sind, Püffel weißt hin, wird auf jeden Fall auf. Ja, ich glaube, selbst wenn da, äh, jetzt mal ein halbes Textballspiel drin ist, hört auf einmal auf. Ja. Ne, jetzt läuft sie ja durchgehend irgendwie. Ja, wenn da das, äh, die Energie voll ist vom Pülverweiser, die Mega-Joule, die er speichern kann, dann hört es auf. Ja, dann hört es auf, aber wenn es dann zum Beispiel wieder benutzt wird. Ja, dann geht es immer weiter, normalerweise. Ne, dann geht es nicht mehr weiter. Was? Okay. Merkwürdig. Wir müssen uns hier frei, dass wir brauchen die Badbox da hinten. Was machen wir? Wir brauchen die Badbox da hinten, wir dann kommen. Warum? Ja, für das ganze Energiezeug für die Jetpacks und alles so dead. Ach so, ich heisse, ich habe hier genauso zugebaut, du. ja die die ds machen können die fornantes nein die kartoffelbraten nein 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 doch nein ich muss doch das feld umsetzen was denn denn das ist doch irgendwo eine andere kiste rein nein holz-holz-dorben rechts oben aber das ist auch ein auto-crafting-tail oder sowas denn hier ohne gezielt gehalten und die liefst und der kraft zu tun hat den roboter ausnahmendet die tipps geerntet oder einfach hier war der war der heiko hier hier er hat hier das dann ein Leben A natürlich elektrisch ja klar und von wem von mir und die Lüx wir brauchen unbedingt Overclocker und im Schatz zu den sieben mit der Schaltung braucht es so viel Energie mit der Overclocker abwärts was kommen denn ein Overclocker Upgrade oder ein Overclocker der Overclocker Upgrade aufwendern ich kann aber ich kann aber in die Öl noch nicht reintun, erst in den Dunkten-Ofen da 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 ich bin Patti was hat das jetzt da ich bin Patti ich muss immer alles wissen da 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 ich weiß es halt eben auch Patti schnell wachsen an die Narben sehr schnell was lachst du denn so behindert? was lacht der denn jetzt so? Alter so jetzt warte ich genau hier bis ein Enderman spawnt macht es warte ist die Chance nicht höher dass in der Wüste einer spawnt glaube ich gell? äh was? keine Ahnung ist mein Jetpack leer? ne aua 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 guck ich sag doch die Chance ist höher zack 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 z schon wieder zerstört doch bis in die luft geht weil dann krieg über kann das sein dass das irgendwie weil die so nahe aneinander stehen nicht funktioniert oder weil da daneben was ist das ist das ist normalerweise gar nicht weiter dass ich das gar nicht in der alten vision und so eine ältere ist das ganz schön wirklich er werde kein block daneben freie ist irgendwie so gab es doch nicht mal ja stimmt wenn die wo wir das bett oben hatten ging es noch städte wird er einmal die blöcke außenrum weg er ist mit leidenschaften trotzdem doch das mittlere müsste funktionieren ja nicht weil er jetzt damit hier wird der treibende stehen das ist zwischen gestorben hinten beim dorf korn und was kriegt ihr gerade energie er hat nur von kohlen der rätten das auf heiko macht einen atomkraft ja ich finde ich den passen gestorben ist denn bis in voren da wo ich jetzt bin der größte beide vorne vor dem dorf vor dem dorf ach Gott sagt da muss der creeper explodiert ist es wird vorgesehen wenn man die erweilen meine ich vor dem dorf und nicht rechts daneben wie rechts daneben warum hast du hier auch zu kräftigen gemacht was bringt die tue Autokrafting auf Tables Skelett Lass mich! Nein! Hinter uns! Baukirchen die Sand nicht einsammeln War ich den schon? Welchen? Den habe ich schon ein... Was? Du schwebst bei mir, da ist alles weggegeben! Hier ist eigentlich ein Loch, Paddy! Hier ist bei mir alles süß, von der Sand! Du schwebst ja, du schwebst ja wohl bei mir! Wie connecte mal bitte! LOL! Du war gerade in drinnen! Guck! Nein! Sand weg! Neee! Mann, ich wollte nur den Enderman Form! Um...